Kinki Showa von Igarashi, Katsutason, Sansai, 65 cm, weiblich, haben wir als Nisai gekauft, so ist es gut gewachsen, hat auch ein gutes Schwarz, stellt sich leider total verkrampft um die Wanne, ein schönes Motoguru, wird groß, muss man jetzt einmal an die Sonne machen, der war bisher nur in der Innenelderung, dann gucken was dabei rauskommt, so ist es gut, dass wir unsere Kciller abholen, dann Sensei und Sera, ihr müsst euch das losieren und saken und sehen, wie ihr seid, habt ihr euch das gemacht, ihr müsst euch das, ihr könnt euch das, ihr müsst euch auch hier und ich euch euch das zum Beispiel noch immer noch einviel an, Vielen Dank.